Arthur Morgan im wilden Westen. Und da rotzt er erstmal hin. Und wir sind in irgendeinem Camp, wo wir die O'Driscoll-Bande eliminiert haben. Zumindest ein paar Jungs davon. Schon cool, dieser Kino-Modus. Den mag ich. Okay, die Burschen werden eliminiert. Wir gehen mal ganz entspannt weiter. Rossi, komm mal rüber. Oh, falsche Tasse. Hier, komm rüber hier. Wo ist denn Rossi wieder? Wir waren nur hier kurz, aber er hat sich verzogen bei dem ganzen Gefecht wahrscheinlich. So. Wir müssen weiter. Nämlich im Namen der Liebe sind wir unterwegs. Wir haben sie kennengelernt, die Mary Linden. Ja, die sind wir noch nicht ganz schlau draus geworden aus der ganzen Nummer, aber scheinbar hatten die mal was miteinander. Ja, Arthur und die Mary. Sie haben sich mal geliebt. Und die Mary haben wir dann kurz getroffen. Und sie hat uns gebeten, jetzt hier ihren Bruder da aus so einem Kult rauszuholen. Der ist bei irgendeinem Kult beigetreten, die voll durchgeknallt zu sein scheint. Und dahin sind wir jetzt unterwegs. Im Namen des Kult sozusagen. Und der soll da oben angeblich sein. Hallo, Häschen. Guck mal, die kleinen Häschen hier. Ah, das ist so schön, wie diese Welt lebt. Da kann man einfach stundenlang nur durchreiten. Ich sag's euch, ja. Ja. Hier sind wir richtig. Die Frage ist, sollen wir da einfach drauf losbürschen? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall über das Gewehr sollen wir mitnehmen. Wir sollen es aber erstmal nicht in die Hand nehmen vielleicht. Die Doppelläufige ist eine gute Waffe, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und was ist Cholonianismus? Nicht weniger als die recenten Rediscovery der Theologie. Alter, wo du eine Diskussion abnimmst? Eine kleine Messe. 100 Jahre vor der große Cholonian-Mester leidt Pilgriffe über die Lanahasse in die Wilderung. Gentlemen. Was ist bei denen los? Was ist bei denen los? His sister just wants to speak with him. Arthur? I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Hmm. Unentschlossen, ungeduldig. Jetzt können wir reagieren. I'm still searching, I guess. We are all searching. Cholonianism is about searching. What do we search for, do you think? I don't know. Safety? Safety and meaning? Jamie knows the truth. But, of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm... I'm not... I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary! Then make up your mind! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Okay, Rossi! Los geht's! Boah, der ist aber fix unterwegs, der Kleine. Sind die, die, die... Hippie cold von morgen gewesen? Von gestern, vielmehr. In dem Fall, boah. Rossi, da kommst du ja kaum hinterher. Verdammt! Rossi gibt alles. Oh Gott, das ist gefährlich, was er hier macht. Das ist alles für die verdammte Liebe, ne? Bin gefallen. Für die Ex-Freundin. Komm, wir geben noch mal Vollgas jetzt. Wir geben jetzt wirklich alles. Komm, du bist stupend! Du kannst es sehen, das ist verrückt! Du bist der verrückte, der! Frage ist, ob ich den nachher mit dem lasse. mit dem lasse runterfegen muss, ne? Was are you talking about? Boah, das Pferd dreht gleich auf. Nein, Mann! Verdammt! Du hast einen großen Fehler gemacht. Wir machen nicht von dir aus. Du bist ein Verkauf. Du bleibst mich allein. Sie sind gute Leute. Ich bemerke dich, Arthur Morgan. Bleibst mich allein. Bitte, kid. Du bleibst dich. Du bleibst dich. Ich bemerke dich, Arthur. Ich werde... Ich werde... Ich will nicht mehr leben! Fuck. Ja, calm down. Bleib mir allein! Ja. Jetzt calm down. Let's go see your sister. Okay. Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Will er sich da umbringen auf einmal und jetzt so, ich hab dich vermisst. Yeah. Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. It's lonier though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on! I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. I guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take you anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father. Nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but alright, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and, what was his name, Hester? Hosea. Yep, still the same, sorta. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just asked me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. She told me. So the door is open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. You seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Here we are. Okay. Then we're going to get here. The good Rossi. Okay. Right. 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 You're nervous about seeing her, aren't you? Yeah. 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 Hey, fellas. Mister. Howdy, Parker. I'm Jamie. Make it quick or I might run off again. Jamie. Jamie. Come home. Please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. I've... You're... Oh, you'll never change. I know that. Oh, oh, oh. Also, ein Happy End ist was anderes, Freunde. Ein Happy End ist wirklich was anderes. Aber so ist es nun mal. I feel like the luckiest man alive and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Und das ist dann wohl die sogenannte Schwachstelle vom Arthur, ne? Wahrscheinlich. Wenn man von einer Schwachstelle reden könnte, wahrscheinlich. Diese Mary. Die er wohl immer noch irgendwie liebt. Ich habe ja keine Ahnung. Gehen wir doch mal ins Sheriff Office. Ich bin ja nicht mehr gesucht, ne? Moin. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day to turn yourself in or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling the trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. The filler over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. He's alive. So, gucken wir uns das mal genauer an hier. Kopfgeld ausgesetzt. Hm. Lebendig sollen wir den fangen. 50 Dollar Reward. Das ist doch ganz nett. Das kann man so nebenbei mal mitmachen, ne? Find ich cool, dass wir jetzt die Kopfgeld-Mission haben. Untersuche die Schlucht. Kopfgeldjäger. Okay, girl. Oh. Das ist aber ein Fehler mit dem Band gewesen gerade. Auch hier kommt es noch zu kleineren Bugs, aber nichts, was man nicht rauspatchen könnte. Das Spiel ist schon extrem fertig. Wahrscheinlich war es schon vor anderthalb Jahren ziemlich fertig. Nur dann haben sie noch gesagt, wie können wir doch hier und da einen drauflegen. Okay, jetzt sind wir gespannt. Am besten müssen wir mal das Lasso bereit halten für solche Gegensachen, ne? Wir müssen mit dem Lasso rumschwingen. Doppelläufen, die nehmen wir auch mal lieber. Entschuldigung. Ich habe gerade meine Waffe gewechselt. Wäre ich beinahe ich bei den linksten Menschen wiederum gerettet. Gerettet. Gerettet vorher. Okay, da vorne geht es links. Ich wette, das geht lustig. Das wird lustig und geht vielleicht nie wohl. Bei den Leben zu fangen ist immer so eine Sache, ne? Hätten wir aber abkürzen können, oder? Moment mal. Hier geht irgendwie so ein kleiner Weg runter. Den sollten wir auch nehmen. Also Wege zu nehmen ist hier deutlich klüger, als hier Abkürzungen zu nehmen, wie beispielsweise in Assassin's Creed, die querfällt ein. Die Nummer. Ganz kurz. Halt mal hier im Dickicht. Huch. Das Gebüsch. Ich habe seinen Baum gebunden, aber er ist irgendwie ein Gebüsch durch sie an. Geil. Ich will jetzt nicht zu auffällig sein, wenn der da sitzt, weißt du? Ist der das da vorne? Komm mal rüber Rossi. Ich glaube, der ist auf dem Pferd, der Typ, oder? Das ist der doch. Okay, wir brauchen Rossi hier. Komm schnell. Komm, komm. Weg zu gehen runter. Der Typ, Mann. Nicht zu laut. Oh. Wie geil. Rossi kann richtig gut schwimmen, zum Glück. Was soll der Typ sein? Oder? Ne, das ist der gar nicht. Ey, der ist ja nett. Der ist ja schon mal ein Grabstein von unten angesehen. Okay, da vorne ist das Lager. Jetzt verstehe ich. Wir haben bei den falschen Personen ausfindig gemacht. Super Profi Sarata. Das Ding ist, der hat da rum Pferd bereitstehen. Ich habe es ja gerade gesehen. Hier ist die Strömung ziemlich stark. Kommt die Rossi gar nicht hoch, so. Ein bisschen mehr Anlauf nehmen, da wieder zurückzukommen. Das. Ja, Mann. Ja, Mann. Sehr gut. Mal von hier ins Wasser. Mal mit der Strömung. Scheiße. Komm schon. Wie schaffst du da, Rossi? Ja. Sehr gut. Gut. Nimm schon mal das Lasso raus. So bin ich zu auffällig, oder? Das ist halt das Problem. Wenn er direkt aufs Pferd springt, bin ich gearrscht. Wie kann ich mich anschleichen? Achso. Soll ich ihn erst konfrontieren? Schade, ich hätte ihn ja sonst weggesnackt direkt hier mal eben. Ich habe es gut gemacht. Ich schaue. In Gold. Wenn du mir helfen kannst, ihn zu finden. Es ist einfach... Meine Mutter ist echt krank. Wenn das so ist, für eine schwere Frau, dann wäre ich glücklich. Ich bin ein healer, du kennst. Ein Medikator. Ein Medikator. Ein Medikator. Ein Medikator. Ein Medikator. Die Spiel ist vorbei, Herr. Put deine Hände auf. Ich bin in. Ich bin in. Ich bin in? Was für? Anscheinend, das was du schaffst, ist zu töten. Es gibt einen Preis auf deinem Kopf. Ich weiß, es ist nicht mein Geschäft. Komm, Partner. Das ist krank. Ich bin ein healer. Ich habe ein Aura. Ich spreche mit spirits. Ich bin ein Scientist. Die Leute werden wirklich angreifft, für keinen guten Grund. Das... Das ist ein Fehler. Bleib deine Hände auf, buddy. Sie wollen dich nur für Fragen. Ich muss zu sagen, dass das ein Fehler ist. Du bist ein Fynn. Ach du heiliger Bimba. Komm schon hoch. Ey. Kann er nicht sein. Nein. Oder was? Du kannst mich nicht verschrafen. Bitte. Ich werde meine Chance nehmen. Komm her. Komm her. Bye, Freund! Verdammt. Was für ein Psycho. Oh nein. Okay, jetzt wird noch das Ende. Hey, ich hab dich nicht. Hilfe. 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 Verdammt. Rossi, du musst jetzt mal schwimmen können. Ach Gott, der ist viel zu schnell. Kriege ich im Wasser nicht. Oh Gott. Das ist keine gute Idee, was wir hier machen. Verdammt. Hier, jetzt hier wollen wir uns ziehen. Verdammt, ich kriege ihn nicht. Wir sind näher ran. Du bist erst untergegangen. Oh Mann. Alter, ich bin der schlechte Lastwerfer aller Zeiten geworden hier. Was ist da los? Jetzt habe ich ihn wieder freigelassen. Oh nein. Jetzt habe ich einmal wieder auf Kreis gedrückt, weil ich absteigen wollte. So, jetzt aber. Zack. Das kann doch nicht sein. Ich muss das gedrückt halten. Ja, muss ich. Okay. Jetzt habe ich dich endlich. Okay, jetzt hat er einen gebrochen. Komm. Oh, plündern wir ihn eben. Wir haben ihm das Leben gerettet. Da können wir uns ein bisschen die Kohle gönnen von ihm, oder? So. Und jetzt habe ich das Lastwerfen auch drauf. Also wichtig ist, dass man die Schultertaste gedrückt hält und nicht wieder loslässt. Den dann greift und dann erstmal festbindet. War ja früher auch so, aber ist ja auch ewig her mit Red Dead. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir erstmal Rossi holen mit uns? Ja. Oder sollen wir, ähm... Ich meine, das Pferd war jetzt näher, ne? Die Frage ist, kann man das eigentlich verkaufen jetzt, das zweite Pferd? Weil Rossi kommt ja sowieso wieder zu uns, oder? Ja. Komm, ich reite erstmal zu Rossi zurück. Wir können ihn übrigens schlagen, wenn wir wollen. Das Pferd ist voll schlecht. Nichts gegen Rossi. So, wo ist Rossi? Da vorne. Wechseln wir kurz mal das Pferd. Da muss ich nicht gleich wieder irgendwo so eine Nummer machen. Na, da kommen wir so nicht rum einfach, ne? Wo was hier da vorne steht, oder? Wie weit ist denn das noch? Das ist doch direkt um die Ecke eigentlich. Ja, da kommen wir. Ich gehe jetzt hier diesen Pfad lang einfach. Oh, hier müssen wir echt aufpassen. Alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Mhm. Der eine Weg führt uns da wohl nicht runter. Wir müssen da außen rumreiten, leider. Oh, was hier da unten steht. Oh, der hat einen Kerl da hinten. Jetzt sag mir bitte, wir kommen hier runter. Ja, das klappt. So. Wenn ich da jetzt runtergesprungen wäre, Freunde... Das wäre auf jeden Fall übel geendet für alle. Und auch für die Mission. Deswegen habe ich das mal gelassen. Oh, Rossi. Wenn man das andere Pferd, kann man das nie noch irgendwie mitnehmen. Das wäre doch voll cool. Folgen. Ach cool, das ist mega geil. Komm. Kommt das jetzt mit? Mega. Cool, jetzt haben wir ein Pferd ungefangenen. Das ist ja mega cool. Also finde ich richtig gut gemacht, muss man einfach sagen. Dass man das Pferd auch so mitnehmen kann und alles. Guck mal. Ich finde, das jetzt mit uns kommt hier. Vertrauenswürdig geworden. Hätten wir den vielleicht sogar auf das andere Pferd laden können. Ich will hier nicht mal eine kleine Abkürzung. Deine Pferd kommt gar nicht mit. So schnell wie Rossi ist. Ich will jetzt mal ein bisschen warten. Auf das ungarische Halbblut. Was da hinter uns ist. Hallöchen. Hallöchen. So, kommen wir mit guten Nachrichten wieder zu den Jungs hier. Mit der Gesetzeshüter. So, ihr beiden wartet mal gerade hier. Rossi, wenn du willst, kannst du was trinken. Lass mich kurz noch den Benedikt hier entfernen. Oh, mit 50 Dollar. Und ich sag ja immer, ihr Oller, desto Dollar, ne? So, Freunde. Was haben die denn gerade getrieben, hä? Die Zellie? Ja, die da hinten. Okay. So, Benedikt. Du bist ja ein guter Typ. Ey, komm doch irgendwie nicht rein. Meint du doch die Zelle hier vorne, oder? Musst du da erst aufmachen? Musst du den... Oh, das war ein grosser Fehler. Ich habe es nie getan. In any of it. Ich dachte, ich sagte, dass du zuhörst, Partner. Aber ich sagte... Aber nichts. Hörst du. Und gut, Glück. Es hat echt Spaß. Du bist nicht so ein Mann. Wenn du Leute fragen, um die Entschuldigung, dann du das, Partner. Ich habe es bereits vergessen. Jetzt, Herr, wie viel warst du? 50 Dollar. Hier. Danke. Madame. Please. Remember, was I told you. 50 Dollar. Je oller, desto doller. Den haben wir nicht gut bekommen. So, Moment mal. Jetzt müssen wir das andere Pferd mitnehmen, dann können wir da mit dem Steilbeleid ja nicht offen, ne? Ah, verdammt. Das ist ja abends. Ah, ihr habt ihr Spaß, ihr beiden? Kommen wir jetzt hier eigentlich auch aufs? Das ist schon ein schönes Pferd auch, ne? Oder? Die beiden, die sehen sie auch ein bisschen ähnlich. Auch wenn Rossi natürlich auch eine ganze Ecke cooler ist. Vor allem auch bei den beiden. Eines der coolsten Pferde im Spiel, glaube ich sogar. Na komm, vielleicht drin ist, es ist ja noch jemand irgendwie. Komm du auch mal mit rein hier. Würde ich gern verkaufen. Sechs Dollar, ey, mein? Oder? Pferdezubehör und Dienste. Pflege. Komm, jetzt gehen wir Rossi erstmal eine Pflege. Achso, das ist, das kann ich nur einfach ändern. Okay, ne, da brauchen wir nicht. Ich dachte, wir könnten da irgendwas machen noch. Was ganz tolles. Guck mal noch, beim Pferdezube, Schlafdecken, da haben wir alles drauf. Brauchen wir nix. Hm. Pferdevorräte. Einen Apfel. Da kommen ein bisschen rote Beete. Und eine Möhre. So. Da will ich mal gerade was ausprobieren. Hm. Warum kann ich dich jetzt nicht füttern, Rossi? Jetzt. Guck mal. Hm, klassisches Haferplätzchen. Ach, guck mal, wie cool das ist, oder? Hier we go. Mal sehen, was. Ardenner ist das. Eisenschimmel. Standard. Wendigkeit ist Standard. Aber es kann, es ist renntauglich am Ende. Also es verbessert sich auch. Ich will ein Steak. Schreibt Rossi. Ja, das wird schwierig, ne? Als es fährt, Fleischfresser sein, Rossi. Also Fleischfressen ist... Hallöchen, Leute. Ach, guck mal eine an. Und da beginnt dann auch schon der nächste Morgen. Ich werde mal jetzt auf zur nächsten Mission reiten noch. Wo werden wir die wohl haben? Hm. Mal zurück ins Lager. Hier sind auch noch so ein paar coole Sachen. Was denn Interessantes. Alter. Hinten du ruhig. Da wird uns gar nichts angezeigt. Direkt. Emirate Ranch. Ah, das hat bestimmt was mit der Mission von Rosea zu tun. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal John Marston bei unserem Lager. Oder? Ist doch mal eine Idee. Kann man da rüber joggen, Freunde. Oh. Wow. Ich wollte da jetzt voll Tempo durchreiten und dann sehe ich auf einmal alles steht. Habe ich erstmal die Bremse gedrückt. Ja, ja. Aber wann fährt denn der Zug hier mal weiter? Kann ich den eben umreiten? Da hinten lang, ne? So muss ich doch gar nicht hier zu warten, Mann. Ne? Würde Arsch. Aber wenn er einmal böse ist, können wir da gar nichts mehr sagen scheinbar. Also zumindest in dem Moment jetzt gerade. Haben wir auch nicht rumgeritten. Der Zug hält hier alles auf. Der ganze Verkehr. Sind das eigentlich klar? Sind das bewusst? Oh. Aua. Oh. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ja, die geilsten Unfälle passieren, ne? Das ist echt so lustig im Game. Und da vorne ist John Marston. Und da ist auch unser Lager. Da steht dann auch wieder eine neue Mission bevor. Nach dem Kult und dem Kopfgeld wachen. Menschens Kinder. Haben wir doch schon wieder einiges erlebt. Röch mich. Und jetzt weiß ich, ob jemand ein Lasso wirft. Und zwar... Achso, hier kann ich es jetzt nicht werfen. Wollte ich gerade nachmachen. Wisst ihr, aber jetzt im Lager geht das nicht. Guten Morgen, Arthur. Guten Morgen. Immerhin 114 Dollar an der Lagerkasse. Da gibt es ja wohl Schlimmeres. Oh. Was ein Tag. Untertitelung des ZDF, 2020